und der letzte auf sich warten mal gucken auch erst hatte ich noch dazu kommen wer um die uhrzeit online ist aus einem russen oder so was aber gut sie sind in meinem team von daher so wollen wir mal sehen ich hatte eigentlich mal überlegt winter wyvern zu spielen das eine war das einfrieren zum arctic burnen genau splinter blast cold embrace winter's curse was da hat ist ja kein support was hat denn entfüllen er kann nicht nur sonst haben drei supports ne das war ja nicht die frage wieso habe ich eigentlich vier davon stimmt die eine war ja die hatte ich ja doppelt ja 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 Ja, das ist gut. Was ist das für ein Kerl? Was ist das für ein Kerl? Oh Gott, der redet mir zu viel. Der redet mir definitiv zu viel. Stimmt, der hat ja jetzt auch einen Kopf-Slot. Moment, hey, was ist denn... Wieso habe ich denn nicht meine Ausrüstung da an... Hä? Moment. Okay. Ja. From one, an army, easily. The stage is set. Ich muss mir nochmal angucken. Irgendwann. 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 Ja, das letzte Spiel mit Lancer war schlimm. Muss ich im Jungle angefangen. Oh, er kann hochgucken, wenn er da steht. Nice. Ähm... Okay. Drei hier. Das geht. Lass diese meditative Reflexion auf der fleetingen und fragilen Natur des Lebens beginnen. Hallo. Bewegst du dich mal? Wir verstehen. Ach, die Slipper kriege ich ja sowieso nicht hier. Was macht der denn? Ah, erstmal einen Ward setzen. Das ist das Wichtigste. Gleich am Anfang einen Ward setzen. Ah, dang it. Kein Schritt geblockt. Ja, nee. Genau so war das gedacht. Drei hier. Ja. Möchre. Ja. Möchre. Dang it. Ah, nein. F- I- Das ist ja. Drei hier. Drei hier. Drei. schwach. Das ist ja. Oh Gott, die sind anders oben! Dangit! Dangit! Beware! We agree! We march! Ah, da ist er hier gar nicht. They cannot fight! Mhm. Was ist das denn für ein Versuch gewesen? We understand. No. We move. Yeah. Simple. Mein Mann. Geil, der hat mich nicht erwischt. Was ist denn da noch in der Range vom Tower? Was ist denn da noch in der Range vom Tower? Ja. 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 Ich wollte mich vorher mal angreifen sollen, um da ein bisschen Klarheit zu schaffen, wer da zuerst drauf geht. Was ist für den stove der Bou Hani? Deny! Oh! Nevermind. Nevermind. Okay Ah, dank Okay Okay Shit Jetzt habe ich natürlich keinen Platz dafür. Mal wieder. Das ist nicht gut. Dang it. Slightly off in game timing. Nein. Okay. Das war eine gute Ablenkung. Wenn auch wohl nicht beaufsichtig ist. Oh shit. Okay. Okay. Der ist der Schwächere. Warum greif ich denn immer Sven an? Oh shit. Oh shit. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das muss mein erstes Ziel sein. Oh shit. 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 Das ist dann mit den Lars jetzt ein bisschen schwieriger Sven ist gestorben Wunderbar Office vorne Wir verstehen Ich verstehe das! Vorher, of course. Ich habe das alles geholfen. Oh, oh, oh D. Oh, oh D. Das war so knapp. Ich muss gucken, dass ich hier ein bisschen... Das ist immer noch Bungalier, Alter. Selbst mit seinem Wave Clear kommt er nicht hin. Das ist ja interessant. Ich weiß nicht, was er hat. Ich guck mich mal gegen meine... Okay, Miss-Click. Definitiv. Definitiv Miss-Click. Hmm. Komisch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich von ihm betroffen werde, ist nicht sehr hoch. Also mit diesem Hard-Ding ins Kirchen, was auch immer das ist. So, TP erstmal raus. Momentan komme ich ja eher weniger in Bedrängnis. Boah, 55 Schlaß-Hits in 12 Minuten. Schnaß. Das war's für heute. Sicher ist sicher. Seine Kohlen vergessen. Jetzt läuft er auch noch dran vorbei. Ah. So ein Scherzkeks. Unglaublich. Wollen wir doch mal sehen, ob er Pangle hier kriegen. Äh, äh. Wenn man noch Angriffstempo haben. Na komm schon Oh, ausgerechnet mich hat er verwurzelt, leckon mio. Okay, noch bin ich nicht bereit zu farmen. Dang it. Dang it. Besser noch bin ich nicht bereit, Asians zu farmen. Wir verstehen. Richtig. Jopp. Wow, hallo. Ich gebe mich ja klappen. Ich sollte mir kein Problem mehr darstellen. Das ist halt manchmal nicht so einfach, wenn man sagt, ich gehe einfach mal in den Jungle, um mich zu heilen. Mit dem Last of the Nightmasters ist der Lane teilweise einfacher, weil die... Weil die eben, ähm... Keinen Wolfklee haben und keins da weiter. Du hast eine kleine Zeit getrennt. Oh, shit. Oh, shit. Das gibt's nicht, ich hab nicht den Lars-Hit bekommen, obwohl ich mit 5 mal gleichzeitig draufgekloppt hab. Dang it. Hm. We have strength in numbers. We have strength in numbers. We have strength in numbers. Funt. Shit. Haha. Oh. Come here. Oh. Oh da, ich hab den Kurier gesehen. Ich hab den Kurier gesehen. Wo ist der Kurier? Dang it, da hat er den Kurier versteckt. Das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Scheibenkleister, Neger Kurier, ich hab den Arsch. Dang it. ist ja auch nicht so gut tatsächlich mit den ring schon verkaufen sollte 10 schaden ich weiß was ich verkaufe so so DANG IT! Mindestens den Echo-Sauber brauche ich noch. Ah, der macht den aber fertig, wenn ihr den findet. Leider. Spend es raus. Spend es raus. Spend es raus. Ohne Sven habe ich kaum noch einen Gegner hier. für Sieg. Ja. Für Sieg. Ja. 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 Es ist bereit. Ja. Ja. Nein, er hat es echt geschafft. Es ist nicht möglich. So, Earthbird habe ich das Spiel auch verlassen. Oh, sie haben alle aufgegeben. Okay, ist auch der letzte noch raus. Schade. 10, 2, 7. Naja. Das war nicht schlecht. Oh, und den einen Tod habe ich für den, ich meine, Double Kill in der Base noch gerne hingenommen. Was haben wir denn hier? 5.000 Gebäude Damage, 15.000 Heldenschaden. Wären sie drin geblieben, hätten sie es noch raus zögern können, aber... Nope. Earthbird, 15 Mal, den haben wir ja einfach nur in der Luft zerrissen. Was ist ein Diagramm? Nur 2.000 Gold Lied. Sven, raus. Und wer ist dann noch? Oh, Bengalia war der Letzte, der drin ist, gewesen ist. Der ist dann hier, bämm, hochgeschnellt, weil er alles Gold bekommen hat. Wo bin ich überhaupt... Mit... wer ist grün? Oh, mit Audi auf einer Linie. Okay. Ja, war ja nicht schlecht. Nettes Spiel. Na gut, dann... Ich glaube, ich suche mir was zu essen. Und dann geht's weiter. Ja, geht auf jeden Fall gleich weiter. Ciao. Ciao.